Keine Kohle, kein Atom, dezentraler Ökostrom. Wenn ich die letzten Wochen anschaue, dann haben wir den größten Lobbyangriff erlebt, den dieses Land seit vielen Jahren gesehen hat. Der BDI, der BDEW, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, E.ON, RWE, Vattenfall, sie alle schießen sich in diesen Tagen auf die Energiewende ein und deswegen ist es super, dass ihr mit so vielen Menschen hier seid und diese Energiewende verteidigt. Klasse! Und man muss sagen, die Lobbyisten waren ganz schön erfolgreich. Die Ideen aus ihren diskret finanzierten Papieren finden sich zum Teil 1 zu 1 im Koalitionsvertrag wieder. Zum Beispiel hier, E.ON-Chef Johannes Theysen mit einem Satz. Wir werden prüfen, ob Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien einen großen Tastanteil ihrer Maximalanspeisung garantieren müssen, um so einen Beitrag zur Versorgungssicherheit zu leisten. Was das bedeutet? Dass die erneuerbaren Energien in Zukunft Kohlekraftwerke subventionieren sollen für den Fall, dass sie mal selbst keinen Strom erzeugen. Sagen wir, habt ihr sie noch alle? Wer die Energiewende mit Ausbaudecken ausbremsen will, wer nach der Photovoltaik jetzt auch noch die Windenergie abwürgen will, der bekommt es mit uns Bürgerinnen und Bürgern zu tun. Wir sind hier, um die Energiewende zu verteidigen. Wir sind hier, um Krepprecking zu verhindern. Und wir sind hier, damit Atom- und Kohlekraftwerke endlich abgeschaltet werden. Abgeschaltet! 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 Mit dem heutigen Tag werden die Karten neu gemischt, hier entsteht eine kraftvolle, eine vielfältige Bürgerbewegung und so schnell kriegt ihr uns nicht mehr weg von der Straße. An einer Stelle, liebe Freundinnen und Freunde, da bin ich dieser energiepolitischen Debatte der letzten Tage und Wochen dankbar. Dass endlich breit diskutiert wird über eine große Ökoschweinerei und das ist die Verstromung von Kohle. Ich weiß nicht, wer von euch alles schon mal drüben in der Lausitz war, hier schon mal am anderen Ende der Republik im rheinischen Kohlerevier war, wo überall gigantische Schlote jeden Tag Wechsel war, Feinstaub, Arsen, Blei aus Spein und nach Berechnungen von Greenpeace deswegen 3000 Menschen im Jahr hier in diesem Land vorzeitig sterben. Wo aus gigantischen Schloten 150 Millionen, kaum vorstellbar, 150 Millionen CO2 ausgespalt wird. Und wo Megabacker sich Tag für Tag und Stunde für Stunde durch Wielder, Wiesen und Seen graben. Und Dörfer wie Kerkwitz, wie Krapko, wo Broschim für immer ausgelöst werden und nur Mondlandschaften zurückbleiben. Ich fand diese Szenerie dort beklemmt und ich hatte ein Gefühl der Wut danach. Ich kann nur sagen, hört auf, unsere Zukunft zu verkohlen. Macht Schluss mit diesem Kohle-Ersinn und macht die Tagebauern Kohlemeyer endlich dicht. Doch liebe Leute, auf was einigt sich die SPD mit der Union? Auf einen Ausbaudeckel für die Erneuerbaren, damit auf 2025 noch 50 Prozent des Stroms aus Kohle kommt. Eine Absage an jede Reform des europäischen Emissionshandels, damit er weiter wirkungslos bleibt. Die Beibehaltung eszessiver Ausnahmetatbestände für die energieintensiven Betriebe. Liebe SPD-Führung, wenn ihr eure Partei weiter in die 70er Jahre zurückführen wollt, wenn ihr die Energiewende, die mal von euren großen Vordenkern wie Erhard Eppler, wie Hermann Scheer auf den Weg gebracht wurde, wenn ihr die verratet, wenn ihr Klientelpolitik für Klimakiller und Landschaftsfresser macht, dann könnt ihr euch eines abschminken, dass ihr bei der nächsten Wahl mehr als 25,7 Prozent bekommt. Eine Partei der Kohle-Lobby, die wählen die nicht! Ich möchte euch, liebe Leute, an dieser Stelle um einen solidarischen Applaus bitten. Für die Menschen, die tagtäglich gegen diesen Kohle-Wahnsinn und gegen die Bagger kämpfen. In der Lausitz, im Rheinischen Kohlerevier, im Hambacher Forst und gegen den Tagebau Welsow-Süd. Ihr seid klasse, seid euch sicher, die Menschen, die hier auf diesem Platz stehen, hinter euch. Ihr streitet weiter, leistet weiter Widerstand. Das ist euer Applaus! In den nächsten Tagen, in den nächsten Monaten wird darüber entschieden, in wessen Hand die Energieversorgung liegt. In der Hand von uns Bürgern, die große Solaranlagen auf ihr Dach machen oder die Windparks starten oder in der Hand der alten Platzhirsche und Monopolisten auf dem Energiemarkt. Schwarz-Rot, sie bremsen genau die Bürgerenergiewende aus mit Hürden, die vielleicht die Großanlagen der Großinvestoren noch nehmen können, aber eben gerade die kapitalschwachen, kleinen Anlagen, die Bürger nicht nehmen. Und was am verrücktesten ist an deren Konzepten, die Förderung der Windenergie an Land, die wird massiv gekappt, sodass sich im Süden, da wo am meisten Strom gerade gebraucht wird, Windenergie nicht mehr rechnet. Und stattdessen wird massiv weiter in Offshore-Energie gesteckt, die das Dreifache kostet. Und dann muss der Strom halt durch die halbe Republik nach Süden transportiert werden. Wie er sagt, macht Schluss mit diesem Quatsch, sorgt dafür, dass es eine vernünftige EEG-Reform gibt und bremst die Energiewende nicht aus! Eins ist klar, das Ganze ist bei Weitem noch nicht entschieden. In der SPD, in der Union gibt es starke Treffte, die hinter uns stehen, die auch für die Energiewende kämpfen. Und in den Bundesländern, die über das EEG noch entscheiden müssen, gibt es sehr verschiedene Interessen. Und genau da können wir einhaken, genau dafür können wir kämpfen in den nächsten Monaten. Wir sagen denen, dem Kanzler, mach die Energiewende nicht platt! Wir sagen, das EEG muss bleiben und die alten Energien müssen gehen! Und zwar zackig! Liebe Leute, eins zum Schluck! Machen wir uns nochmal bewusst, um was es wirklich geht in den nächsten Wochen. Es geht nicht nur darum, ob ein paar Windräder mehr oder ein paar Sollanlagen mehr auf Dächer geschraubt werden. Es geht auch nicht nur darum, ob die Energiewende in diesem Land Bestand hat, sondern es geht darum, ob wir das Ruder noch rumgerissen bekommen und nicht weiter sehenden Auges in die Klimakatastrophe rasen. Warum? Weil die Welt auf diese Energiewende schaut. Schaut, ob wir es hinkriegen. Eine der größten Industrieländer dieser Welt, um zu krempeln von unten und mit einer ganz, ganz anderen Energieversorgung zu versorgen. Genau dafür, genau dafür lohnt es sich zu streiten. Genau deswegen müssen wir den großen Konzernen die Stirn bieten. Dafür gehen wir auf die Straße, dafür laufen wir heute durchs Regierungsviertel. Jetzt packen wir es an, lasst uns die Energiewende selbst in ihr anlegen. Los geht's! Frau Merkel, Kraft, Herr Gabriel, wir kommen! Vielen Dank!